Oh! Wo fühlt mich dieser Stern bloß hin? Oh! Ein Geisterhaus! Ehrlich gesagt, hab ich da keinen Bock, die Star Road zu machen. Kann ich irgendwann mal extra machen, ne? Extra special oder irgendwie, wenn ich noch Bock dazu hab. Ehrlich gesagt, hab ich jetzt Bock, Bose zu hauen. Ja, das mach ich jetzt. Tschüss, Joshua! Zur letzten Mission. Warum lassen die Mario überhaupt rein? Weißt du, das ist das Ding, was ich machen kann? Das ist dein Feind in die Burg lassen. Ah, scheiße. Das hier ist richtig scheiße. Warum ist das hier so rutschig? Rutschig. Fuck. Mann, ich hab meine Tasten nicht mehr im Griff. Das sind voll scheiße. Boah, diese scheiß Flamme! Boah, diese scheiß Flamme! Porf! Das war's für heute. So. Fünf? Ist das ne Fünf? Ja, ist ne Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Acht. So. So. Oh Mann. Fängt mir das auf. Geht mich das auf. Cool. Der Disco-Kugel. I got the party in my... I got the party. I got the party in my head. Iowa. I got the party in my head. Boah. Boah. Mag ich nicht. Okay. Boah. 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 Oh, sieht so schön aus. Deine Mutter. Boah. Was willst du denn? Einen scheiß Handlangern kann ich sonst mal nicht sch... Ah, fuck. Jetzt hol ich's nicht. Die kann man ja benutzen. Dann kann man ihn ja verletzen. Irgendwie. Wie genau, weiß ich nicht. Weil ich weiß, dass es geht. Jetzt muss man nur noch auf die Reihe kriegen, ihm das ins Gesicht zu schmeißen. Das geht nicht. Ich weiß, dass man ihn nicht damit verletzen kann. Ah, Mann. Ach so. Okay, verstehe. Ah, verdammt. Gerade, wo ich gecheckt hab. Ich muss mich scharschen. Ah, was wollen wir denn das? Man muss nach oben drücken beim Werfen. BAM! Boah, aufs Maul! Hab ich zum Roller verloren? Was ist mit dem Fels geflogen? Oh, mein. Motherfucking Godness. Was macht der mit mir? Oh! Help! Was soll ich mit dem scheiß Pilz? Was soll ich mit dem scheiß Pilz? Pilz, hast du nichts besseres? Ein Superstern oder sowas? Ein Superstern! Was soll ich mit dem scheiß Pilz? Was soll ich mit der Kugel? Nein! Oh, mein Arm juckt. Ich muss mich kratzen. Ah, kratzen, 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 kratzen. So, gut. Ja. Nein! Fuck! So, langsam krieg ich das aber raus hier. Jetzt hol ich glaube ich das geile Cape. Das geile Cape. Das geile Cape. Immer her damit. Ich geh besser gern als aufs Maul. Full in so small. Bam. Episch. Epischer Kampf. Nein, fuck. Nein, fuck. Aua. Toll wenn die Aufnahme abkackt. Echt toll. Na ja. Weiter geht's. Dem epischen Kampf. Der sogar für Windows zu extrem wird. Beide. Aach. Da! Weiss. Hm- Maaan, ich mag das nicht! Mann, ey! Das Maul! Oh, das ist so cool, ich kann auch fliegen! BTF! Das muss aber schlimm sein, du! Oh, help! Ich hab Krämpfe! Du, mein Lebenspilz! Ey, das ist aber scheiße! Motherfucker, bitch, ey! Okay, jetzt wär's schön, ich fliegen könnte! Nein! Ach, gut! PAM! Urlaubsmari! Nein! Fuck! Fuck! Scheiße! Das wird so schwierig langsam! Nein! Yeah! BAM! Oh, die Bitch! Yeah! Oh, knutsch mir hier! Ich werd rosa! Mario's adventure is over! Mario, the princess, Yoshi, and his friends are going to take a- Brrrr! Sorry! Vacation! Ich muss so rülpsen! BAM! Ui! BAM! Oh, Feuerwerk! Ist aber schön! Jetzt ist grad aufs piechisches Kopf geknallt! Oh, schön! Ah, guck mal! Oh, da haben wir die schönen Credits! Mein Direktor ist Takashi Tetsuka! Und der Map-Direktor war der Hidukui Kono! Und der Area-Direktor war der Katsuya Eguchi! Und Programm-Direktor Toshikino Toshiko Nakago, egal, lest es selber! Da haben wir Iwakawi! Und der Herr Morita! Nein, nein, nein! Und den Herrn Kasamatsu! Kasamatsu! Und Takamura! Da war schon auch schon Nishiyama! Ist natürlich auch dabei! Und Nomoto, den werd ich vergessen! Und Noto! Und dann natürlich den Sakahata! Den wir schon oft genug hatten! Und den Hino, der ist auch dabei gewesen! Dann der Herr Hino! Und der Herr Kondo! Da, wo das eben vergessen wurde! Den Herrn Kondom! Der Sound-Composer war das! Als speziellen Dank natürlich zu Kotabe, Sakai, Yoshimura und Kakui, Kato und Shimizu und Prox natürlich auch noch! Miyamoto darf natürlich auch immer geehrt werden! Und Yamauchi! Den Hiroshi Yamauchi! Der hat natürlich auch beim Spiel mitgewirkt! Dass er wohl gradios war! Aber auch kurz! Ah! Wie schön! Oh! Das sind die Yoshis! Und der hat ganz viele Eier! Eier! Oh! Und Baby-Oshins! Thank you! Oh! Danke, dass ihr mir zuwinkt! Voll nütz! Und dann haben wir noch die ganzen, die mitgespielt haben! Den Powerbomb, Power Gloomba, Fisch, Lakitu, Lakitu und Spinny und dem ganzen anderen Zeugster! Der Amazing Flying Hammer Brother, den Super Coopers, den Jumping Piranha Planets, den Giant Chuck und den anderen Typen da, das so eine Pflanze ist! Dann haben wir noch den Super Brother, den Monty Mole, den Pokey und den Bullet Bill! Pokey? Aha! Dann haben wir noch den Rex, den Mega Mole und den Banzai Bill! Und was man natürlich vergessen darf, den Dingo Reno, den Dino Torch und natürlich den normalen Coopers! Und noch dabei die Spike Tops, die Swoopers, die Buzzy Beatles und den Black! Und natürlich auch die Blurps, den Poke Puffer, den Urchi, den Rip One Fish und den Torpedo Tits! Den Boo Buddies, den Fishing Boo, der Big Boo und den Aries natürlich auch noch! Der Aries oder wie man das ausspricht! Und natürlich die Dry Bones, die Lil Sparky, die Bone Beetles, die Hotheads, die Tromps und die Trimps! Was bei mir die Raviolis sind! Und den Balanchain, den Grinder, den Fish Bones! Natürlich alle dabei! Dann haben wir auch den Raze Noir! Den ekelhaftesten Boss, den es gibt! Natürlich den Micha Coopers, mit dem wir den Bowser natürlich fertig gemacht haben! Und dann die ganzen anderen Bowser, Moshen Cooper Junior, Lemmy Cooper, Wiggy Cooper, Ludwig von Cooper, Larry Cooper und dem ganzen anderen Zeugs da! The End! Warum was zum Teufel macht Richard da? Der ist im ganzen Spiel nicht aufgetaucht! Na egal, Mario ist aber gut! Ohhhh, wie schön! Muss ich jetzt auf den Knopf drücken oder geht's jetzt von selber? Hm! Also ich glaub ich drück jetzt auf den Knopf! Okay, A, B, Tasten bringen alle gar nix! Die Pfeil-Tasten auch nicht! Ich weiß, muss ich auf Start drücken! Nein! Select vielleicht! War das wirklich das Ende? Das Spiel geht gar nicht mehr weiter! Ende der Emulation oder was? Na ja, von mir aus! Das war aber auch ein schönes Display! Auch wenn's kurz war! Ähm, schreibt man in die Kommentare, wollt ihr noch was hören? Ja, hören von mir! Und noch was sehen von den Levels, die wir noch nicht gemacht haben! Dann schalte ich mal einen Gang zurück wahrscheinlich! Dann guck ich mal, ob ich da noch was rausholen kann und ob das noch funktioniert! Und ich sage, tschau und bis zum nächsten Mal mit diesem schönen The End Screen! Bye!